Heute riechen die Pivonen wieder. Da werden die von den Helden die ganze Zeit umgefahren werden. Ich weiß nicht, wie man das schafft. Ein paar Meter. Diese scheiß Porsche ist, ne? Ja. Allein diese Kurve kommt in Simulationen viel schmaler vor, als sie in echt ist. Ja, das stimmt. Auch hier wirken die ganzen Kurven einfach viel kurviger als in Simulationen. Boah, das ist geil. Normal würde ich durchziehen, aber... Ja, nein. Das macht spannend. Fährst du mit Fahrhilfe? Anscheinend nicht. Die Frage beantwortet. Aber ABS ist an. Boah, ich finde das so geil, wie man das Fahrwerk richtig spürt. Also wenn du vom Gas gehst, dann lenkt der mal ein und so. Alles was ich aus dem Sim kenne, merkt man einfach unterm Arsch. Das ist so geil. Die gute Auslaufzone überall in AstroTurf. Aber das hier ist bisschen fies, wenn man das nicht weiß. Ja. Weil du siehst es kaum. Die Kurve sind auch einige Zentimeter hoch. Wollte ich grad sagen, es flinkt alles. Ja, hier auch die Knie ausgemacht. Die Kurve ist auch sehr interessant. Ja, aber die Karre greift aus mir. Ja, ist das geil. Wenn ich meine Klappe halten soll, dann würde ich sagen, das ist alles gut. Die große Schikane, sehr interessant. Die heisst jetzt Sabine Schmitz. Ja, genau. Ja, genau. Ja und innen rüber. Ja man, let's go. Egal, ey. Eine meiner Lieblingskurven hier. Die hier. Für der Rotter. Das ist geil. Die Sim mag ich die nicht so. Nee. Ich nehm die sehr gerne. Flugplatz kommt bei ganz ohne Backflap, wie der Mercedes damals. GTA war es. Oder meinst du in Le Mans? War das Le Mans? Ja. In 2009 glaube ich. Diese Kurve hat immer nichts an GTA, GT3. Das hätte da mal richtig Zuschauer gewonnen. Sehr geil. Unterrichtung von Feuerhaus. Ey, wirklich. Es ist so geil. Und ich fühle mich sehr, sehr wohl gerade. Also sehr sicher auch. Sehr gut. Immerhin einer von Süden. Ja ok, perfekt. Ja. Die legendäre Kompression. Mal gucken. Geht sogar noch. Ich habe es schlimmer erwartet. Scheiß Uhr. Ja, er hat mich nicht so schnell gefahren. Ja. Die kickt schon richtig rein, wenn du da schneller fährst. Ich glaube, ich wollte. Hier kriege ich immer anders, die am Exit. Ok. Boah, das ist geil. Jogger. Es ist wie Achterbahn fahren für Erwachsene. Jo. Aber ich würde schon lange keine Achterbahn mehr gefahren. Ja. Ich mag, oder ich mochte Achterbahn fahren immer sehr. Jetzt ist kein Geld mehr. Und äh... Verkehr gibt's auch geil. Alles ein wenig anders als erwartet. Aber richtig geil. Ist das hier das Bergwerk? Genau, weil er kommt jetzt gleich. Nicht so satifiziert mit den Bezeichnungen. Das ist, glaube ich, Niki Lauda Corner. Genau. Die Feuerkomme. Ah, da steht auch Bergwerk. Genau. Sag mal, ein bisschen relaxen hier. Das geht so. Ich sag mal, mit Aero-Lagen kannst du hier bestimmt relaxen. Mit Semis. Da hast du keine Semis? Nee. Bei normalen Straßen treiben. Deswegen wunsch das. Also kannst du dich einschätzen. Ja, also... Nee, ich fahre jetzt nicht so zügig, wie ich gerne wollte. Sonst... ...würden wir deutlich mehr wunschen. ...würden wir jetzt wieder. Das ist so ein Wachstum. Das war vielleicht auch mal. Oh, was ist das? Ich bin auf der Tür. Ich bin auf der Tür. Ich bin auf der Tür. Aber das ist so... Einer war der Lieblingsbohr hier. Ja, ich war lieblings rein, ey, so ein Geil. Wippermann-Challenge, oah, ja man. Jetzt gehe ich mal die mit einem bisschen Schaminer beziehen. Das hier ist der Eiskurbel, hier oben oben. Hier ist lustig. Richtung Bell auf S. Also hier hebst du dich immer so schön ab und versetzt dich so nach außen. Aber du kennst die Strecke vom Namen her besser wie ich. Auch hier schön lang außen bleibe. Später Apex nicht. Ist es so geil, Alter. Auch hier später Apex über die Kuppeln nicht nach außen rutschen. Kleines Karussell. Bist bereit. Richtung Galgen. 35 Euro. Boah. Auch hier doppelter Apex rechts jetzt glaube ich. Auch nach außen und dann wieder über die Kuppeln. Volle Kargalle, Alter, rein da in die Rolle. Boah. Mega. Richtig geil, Alter. Also mir geht es gut, aber noch eine Runde. Noch eine Runde jetzt direkt hinten rein, hätte ich nicht wollen. Ich auch nicht. Ich merke es schon wieder langsam. Bremse. Hallo, ist das geil. Geht mir ein bisschen, die will fahren gut. Das Einzige, was mich jetzt überrascht hat, ist, dass du zum Beispiel durchs Bellhof esst und so wirklich nichts siehst vor dir. Du siehst wirklich nur die nächste Kurve, du kannst nicht nach vorne gucken, gar nichts. Ja, teilweise ist das echt krass. Auch so da links Flughafen Richtung Schwedenkreuz, das ist eigentlich auch heftig. Du bekommst mit über 200 angeflogen und siehst in der Kuppe und hoffst halt, dass nichts ist. Genau. Ist halt ein bisschen dumm eigentlich, aber...